Hallo und ein herzliches Willkommen bei Minecraft Obscurity Nightmares Run From This Place. Ja, mit eurem Bingo. Ja, ihr hört richtig, ich bin wieder da und ihr seht es auch richtig vom Kanal, es ist wieder ein Video vorhanden. Ja, ich habe an mir gedacht, ich fange mal wieder an. Ich habe mir die letzten Tage schon einige, also auch die letzten Wochen und so habe ich mir schon Gedanken gemacht, wieder anzufangen. Aber nicht wirklich gewusst, mit was ich anfangen sollte, hatte mir auch Gedanken gemacht über was für Projekte, ob es Minecraft sein soll, was für ein Minecraft und so weiter und so weiter. Und bin jetzt durch Zufall mal wieder auf dem P2B gelandet und habe da so einiges gefunden, wo ich mir dachte, das könnte mir gefallen und habe mir auch einiges in Modpakete angeschaut und bin jetzt gerade mal so bei dem hängen geblieben. Und ich denke mal, wir werden den jetzt mal testen. Ich hoffe, dass ich den mit der Aufnahme zum Laufen kriege, weil es ist so schon allein so zum Spielen gar nicht mal so stabil, muss ich sagen. Aber gut, wir müssen schauen. Ich habe die Einstellungen alle schon gemacht und ich würde sagen, wir beginnen mit einer neuen Welt. Ja. Da schreiben wir doch gleich mal unseren Namen hin. Hier. Und erstellen. Wir können da nicht viel einstellen. Also, die Welt sieht immer gleich aus. Es ist doch immer alles gleich. Ja, das würde ich sagen. Also so privat macht es schon einiges an Spaß. Hatte mir auch schon ein paar Let's Plays angeschaut. Ich wollte ja nicht ganz blind da rein starten. Habe es auch schon mal mit zwei Welten probiert. Bin aber ganz kläglich gescheitert. Entschuldigung. Er hat schon so ganz schön seine Tücken, muss ich sagen. Aber gut, man muss es halt probieren, würde ich sagen. Bei diesem Modpaket läuft keine Musik. Die ist auch irgendwie nicht an. Wartet mal, irgendwas stimmt gerade nicht. Sehe ich. Muss mal gucken. Ja, mit der Minimap habe ich Probleme. Ich glaube, die werde ich ändern müssen. Also die ist mir in den meisten Modpaketen ist die mir ein zu großer Ressourcenfresser. Ich werde die wahrscheinlich ändern gegen eine andere. Wir drücken mal kurz E, um mein Inventar zu öffnen. Und dann muss ich ganz kurz... Ja, das scheint besser zu sein. Okay. Ja, wir haben hier einen persönlichen Schrumpfer. Den legen wir hier rein. Und ein Questbuch. Das werden wir dann brauchen. Wie ihr seht, wir stehen hier auf einem Turm mit zwei Gisten. Lava. Über uns ist Lava. Und hier unten ist völlige Dunkelheit. Überall ist die Dunkelheit. Nach oben, nach unten. Es gibt nur diesen beleuchteten Weg. Da unten. Das hat auch seinen Sinn. Die Welt wurde halt in völlige Dunkelheit gezogen. Und wir müssen sie, äh, wieder retten. Ja. Da hinten, ungefähr da, gibt's ein Loch. Und da müssen wir hin. Ähm, das Problem ist, wenn wir dort sind, ähm, ähm, ist uns eigentlich noch nicht ganz geholfen. Ich habe das gestern mal neu ausprobiert mit einem neuen System. Das ist aber nicht ganz aufgegangen. Deswegen müssen wir heute anders starten, ähm. Und während wir dann so starten und so... Earth has begun to feel the effects of man's hunger for resources. Wunderbar. Was hab ich euch ja schon gesagt. Die Welt wurde in Dunkelheit gezogen. Und es gibt jeweils Monsters. Und wir müssen sie dann, ähm, ähm, retten. So. Wir fangen mal mit den Quests an. Weil das wäre ganz wichtig. Wir nehmen... Ach Gott, was nehmen wir denn... Gestern hat es eine teilweise gute Belohnung. Das gefällt mir. Dann wollen wir auch gleich mal Ding nehmen. Und Fackeln sind hier natürlich sehr wichtig. Na super. Die Dunkelheit herrscht hier nämlich überall. Und das ist schon so. Wir legen das mal da rein und machen weiter. Bevor wir runter gehen, machen wir erstmal ein paar Quests. Das ist immer ganz gut, wenn wir das machen. So. Wir haben ja auch dieses Teil. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Ein Interdiction Torch. Ja. Das ist eine Fackel, die uns beschützt. Ja. Und ihr hört richtig. Die beschützt uns vor den Monstern. Die baut ein kleines Schutzschild um uns. Die werden wir auch brauchen, um die Monster in dem Moment... Hm. 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 Den kann ich... Ja. Ne. Den kann ich gerade eigentlich gar nicht gebrauchen. Ha. Normalerweise würde man sagen, ja, so ein Ding ist nicht schlecht. Aber ich würde gerade sagen, ich kann auch langsam laufen. Aber naja, gut. Ja. Um das Wichtigste zu kriegen, brauchen wir diese Stelle. Das ist schon mal ein Problem. Ähm. Ich habe gedacht, wir kriegen die schon, bevor wir dort sind. Aber, na gut. Hm. Dann müssen wir das halt so machen. So hat diese Fackel erstmal überhaupt keinen großen Sinn. Wir werden uns zur Sicherheit... Äh. Wenn wir sterben, klar, spawnen wir wieder hier oben und müssen dann runterlaufen. Aber ich würde gerne schon mal versuchen, nicht zu sterben und mir schon mal als Reserve mitnehmen. So. Drop down und los geht's. Wuppa. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe die Einstellung hoch genug gedreht, dass es hell ist, weil mein Aufnahmeprogramm sieht es nämlich so aus, ob es nicht hell genug ist. Ich muss das gerade mal... Doch ist hell eingestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt noch ähm... Ähm... So. Wunderbar. Das ist dieses Loch, was ich gemeint habe. Hier runter geht es ein ganz schönes Stückchen. Also, da unten ist unser Tod. Hier ist überall verschiedenes Erz und so weiter versteckt, was wir halt brauchen zum Questen. Und das ist eine kompakte Maschine. Und jetzt nehmen wir unseren persönlichen Schrumpf her und gehen in den Cube. Das ist ein Cube, der drei... Drei mal drei mal drei besteht. Also drei breit, drei lang, drei hoch. Und in dem... Entschuldigung. Ich bin irgendwie seit ein paar Tagen erkältet. Und es wird von Tag zu Tag schlimmer, ist doch besser. Und in diesen Cubes kann man wohnen. Der ist jetzt ein bisschen klein, ist klar. Aber in dem ist man ein Geschütze. In dem ist man nicht angreifbar. Aber wir wollen uns ja absichern. Also werden wir diesen Cube auch schützen. Indem wir uns halt dieses Loch erstmal von der Decke her zuschließen. Und natürlich auch unseren Boden einziehen. Weil wir wollen ja nicht sterben. Dann wollen wir mal schauen. Hier gibt es nämlich so einiges, was wir bekommen. Vergleich mal an der Waffe. Die werden wir, naja... Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht alles rausnehmen. Das werden wir nicht tun. Hier haben wir normale Fackeln. Und hier haben wir diese Unlimited Torch. Die müssen wir... Die brauchen wir später für eine Quest und so. Und die Fackeln bräuchten wir eigentlich auch. Aber... Ich bräuchte jetzt glaube ich mal nur eine Erde und ein Sapling. Weil... Ähm... Momentan brauche ich einfach nicht mehr. Wir räumen mal hier ein bisschen auf. Ja, ich weiß, es gibt auch einen Knopf dafür. Ich müsste mir diese Arbeit jetzt nicht machen. Aber ich tue es jetzt einfach mal. So. Wir brauchen nämlich Holz für die nächste Quest. Also für die nachfolgende Quest sagen wir es so. Ähm... Klar, das kleine Moment. Ich muss einen kleinen Schluck trinken. Hm... So. Jetzt wollen wir mal schauen. Ich habe... Das Questbuch. Ich habe dieses Teil gefunden. Ich werde das nehmen. Weil wir haben mehr. Danke. So. Das nächste ist dann das. Wir brauchen Eichenholz. Acht Stück. Ja. Und er sagt uns, dass wir hier unten trotzdem mit Licht und Bohnenmehl einen Baum... also mit Bohnenmehl und Licht können wir nachhelfen, einen Baum wachsen zu lassen. Das werden wir natürlich auch tun. Das ist ja klar. Dann haben wir Diamanten bekommen, den wir jetzt vorher erstmal nicht brauchen. Und den nehmen wir mit. Ja. Gute Diamanten. Die werden wir brauchen. Darauf habe ich ja eigentlich jetzt gewartet. Wir machen erstmal hier den Reward. Toll. Was bringt mir das Ding? Also das ist ja jetzt etwas... Da habe ich ja eigentlich gehofft, dass man... Äh... Naja. Jetzt bringt er mir nichts. Ich habe gehofft, es kommt nochmal ein Würfel raus. So ein Cube. Weil die kann man auch in diesen, äh... Bags bekommen. So. Entschuldigung. Ähm... Man kann hier... Seht ihr ja, wenn ich drauf gehe, seht ihr... Süden, äh... Nach unten, nach oben, nach Norden und so weiter und so weiter. Wir dringen erstmal hier drauf. Weil wir haben ja nur eine Stelle. Wenn ich jetzt hier drauf gehen würde, seht ihr den kompakten Machine Frame. Ich könnte jetzt hier weitere Cubes ansetzen. Und dann können wir in diesen kleinen Cube reinspringen. Und von da aus in alle Richtungen, die wir brauchen. Genau. So ist das. Ähm... Wir wollen jetzt eigentlich mal schauen, dass wir wieder da hochkommen. Weil... Mh... Ne, eigentlich wollen wir erstmal versuchen, uns einen Baum zu pflanzen. Ähm... Mit den Bäumen hier ist das natürlich so eine Sache. Das ist ja wohl klar. Ähm... Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert, weil... das ist alles schön und gut mit dem hier mit dem Spiel. Aber es ist gar nicht so einfach. Die Monster sind auch extrem tricky. Ich überlege gerade, wo ich eine Fackel hin stelle. Weil die normalen, diese Antility Torches, gehen relativ zügig kaputt. Ich hoffe, dass es diesmal mit dem Baum klappt. Na... Oh, diesmal hat es geklappt. Sehr gut. Wunderschön. Ähm... Da ist der Turm, wo wir gespawnt sind. Oh, seht ihr? Oh, der ist mir diesmal aber sehr, sehr nah an... Äh... Ey, wow, wow, wow! Was ist mit meiner Torch? Ach, ich war aus dem Radius draußen. Oh... Mh... Okay. Ihr seht, ähm, das hat schon mal sehr gut funktioniert mit dem Start. Wir haben nämlich... gar nichts. Ähm... Wir sollten uns jetzt beeilen, weil da ist jetzt unser kompletter Stuff drin, ne? Und diese Mopsis sind deswegen nicht weniger. Der wird da immer noch stehen. Und ich muss jetzt erstmal zu dieser Torch kommen. Ähm... Ich hätte mir meinen Start etwas anders da vorgestellt. So, ich bin jetzt hier. Aber das Problem ist, dass mein Stuff aber da liegt. Und hier irgendwo ein Mops steht. Weil dieses Schild ist schon groß, aber nur bis zu einem gewissen Radius. So... Hm... 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 Und eigentlich bräuchte ich... Ich dachte, die Fackel halt auch nicht verlieren. So... Genau, ich muss halt die Fackel immer wieder setzen und erweitern, dass ich halt mich ein Stückchen bewegen kann. Ich glaube, die ist auch noch ein 3-4 Block lang und breit. Anders wird das auch nicht... Ich habe... Oh, Schock, ich habe jetzt eben gedacht, das funktioniert nicht. Unser Problem wird jetzt erstmal sein, wir müssen Steine sammeln. Das heißt, da seht ihr, jetzt funktioniert das Teil. Jetzt sitzt er nämlich in dem Radius, der... Okay, das war eine falsche Fackel. Okay, wo ich die jetzt her habe, weiß ich nicht. So, das ist natürlich mein Kopf, den ich hier ganz dringend brauche. Wahnsinnig witzig. Man könnte auch sagen, eigentlich gerade gar nicht. Das Bohnen brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Das kann ich mal da rein tun. Ja, das hat doch schon gut gepasst. Wir haben ja auch nur eine begrenzte Zahl an Herzen. Ey, Junge, Kollege. So viel ich weiß oder gehört habe oder gelesen habe, ich weiß, die sind Zombies hier, die so aussehen wie Spieler. Aber seht ihr? Oh Mann, bin ich wieder schreckhaft heute. Ich bin wieder ganz schlimm. Diese Bratfahrt ist schon cool. Ja, Junge. So. Also ihr seht, die Fackel ist nicht... Also die ist gut. Aber sie geht halt nur über einen ganz bestimmten Radius hinaus. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir das hier hinkriegen. Ich will natürlich hier ein Dach drüber bauen. Ist ja wohl klar. Ich will hier ein Dach drüber bauen. Oh Mann, ey. Oh, die habe ich gut gesetzt, die Fackel, oder? Na super und nur Kies in der Tasche. Na wunderschön. Ich will hier ein Dach drüber bauen, weil ich möchte nicht jetzt immer von oben ein Monster reinfallen. Und ich möchte einen Boden einziehen in dieser Höhe. Das heißt also, das hast du dann erstmal nur um deine Cubes zu stellen. Es geht hier rein, nur um deine Cubes zu stellen und hier um in den Untergrund und so zu kommen. Wie gesagt, diese Fackel ist eigentlich lebensnotwendig. Wunderschön. Die steht jetzt eigentlich nicht so schlecht. Weil wir müssen uns jetzt mal langsam entscheiden, wo wir unsere Mauer setzen für außen rum. Die Steine sind halt hier. Ist auch ein Cubble Stone. So, wir wollen mal schauen. Ja, die Frage ist jetzt... Es muss nicht hübsch sein. Es muss nur, äh, wie soll ich sagen, ähm... Ich sag nur, äh, zweckmäßig sein müsste es. Also hier würde ich sagen, die Mauer einmal komplett außen rum. Ja, das würde ich schon so sagen, einmal außen rum. Wir müssten halt jetzt mal gucken, ob wir irgendwie uns jetzt mal erweitern können. Weil eigentlich... Wie gesagt, möchte ich hier auch mal jetzt den neuen Cube kriegen und euch den natürlich auch zeigen. zeigen... Ist ja klar... Oh, das war eine normale Fackel ist gut. Nämlich diese Antility Tortures. Ist nämlich so, dass ihr die nämlich nicht abbauen könnt. Also ihr könnt die schon abbauen, aber die gehen dann kaputt. Entschuldigung. Nein, Mann, Mann. Ja. Aber jetzt erstmal, wir gucken mal, dass wir das hier, wie gesagt, alles mal irgendwie abgebaut kriegen. Und hier mal eine schöne Wand hinkriegen. Ähm... Wir werden auch nebenbei, ähm, die reparieren müssen mit Holz. Und wir müssen die auch weiter questen. Wir müssen auch Nahrung anbauen. Und das heißt, eigentlich müssten wir jetzt so langsam eigentlich auch mal weitermachen. Mein großes Manker ist halt gerade, dass die Fackel jetzt nicht so der besonders gut steht. Ähm... Ich hoffe, das hat jetzt irgendetwas verbracht. Zepplinge. Ähm... Weil, wie gesagt, dieser Radius der Fackel ist halt nicht der größte. Und wir müssen eigentlich ein bisschen aufpassen. Also, das hier könnte schon viel zu weit sein. Ich habe mir leider auch nicht gemerkt, wie groß der Radius sein muss. Ähm... Wir müssen halt jetzt erstmal... Ey, bringt alles irgendwie nix. Ich denke mal, wir müssen die Fackel wieder nach innen stellen. Mann, hier steht irgendwo ein Creeper. Das ist momentan wirklich das einzigste Problem, was wir haben, dieser Creeper. Da komm, auch wunderbar, hat gepasst. Der ist wirklich momentan das einzigste Problem, was ich habe. Solange es dabei bleibt, soll es mir natürlich recht sein. Aber es werden mal auch mehr und weniger Monster. Ist klar. Hm. Eigentlich, wenn es weniger sind, ist es umso besser. Da hätte ich eigentlich eher die Chance, mich jetzt darum zu kümmern. Oh, wunderbar, ey. Oh, oh, oh. Ähm, passt sehr gut alles. Wenn man zu weit weg ist, passt das alles gut. So, wir können aber die Quests aufschließen. Ähm, das ist mir jetzt eines der wichtigsten Sachen eigentlich gewesen. Aber wir bräuchten halt, wie gesagt, auch Stein. Ähm, das heißt, wir müssen uns eigentlich rauswagen an irgendeine Stelle und müssen mal versuchen, Stein zu kloppen. Hier stehen genug Einzelsteine rum, dass wir so langsam anfangen können, uns die Überdachung zu machen. Und wenn die Überdachung steht, ist mir alles eigentlich egal, kann man so schön sagen. Ja, weil das ist wirklich so, ähm, das Schlimmste, was man hier machen kann. Also ich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, drei Tests. Mann. Ähm. Drei Testversuche gehabt, ja. Also wirklich ungelogen drei Testversuche. Ähm. Das Haus wird bunt, würde ich sagen, weil, äh. Ich werde jetzt nicht die Steine sortieren, definitiv nicht. Ähm. Wir werden die jetzt bunt nutzen, würde ich sagen. Ähm. Weil, warum sollen wir... Ich bin schon wieder zu weit, das sehe ich schon wieder. Ja, ja, klar, definitiv bin ich zu weit von der Torch entfernt. Von der Antenne, die... Nein, ach. In der Diction-Torch. Entschuldigung. Äh, da komme ich noch auf die anderen Torch. Ja, was machen wir denn? Ja. Aber wenn wir gerade so quatschen, könnten wir gerade mal die Quest abschließen. Und wir könnten auch mal über ein neues Konzept vielleicht reden. Auf der Torch, den ist natürlich... Wir hätten eigentlich auch die Fackel wählen sollen, weil das brauchen wir. Ja, das kommen wir noch dazu. Das wäre okay, das wäre gar nicht so schlecht. Das könnten wir machen, weil wir können das Ding... Aber die Decke auch auf Steps bauen. Und 60 ist nicht schlecht. Oder den Boden auf Steps. Ähm. Wir könnten hier oben eine Plattform bauen. Könnten wir... Wir könnten auch hier alles begradigen. Das würde wahrscheinlich schneller gehen, wie jetzt ein Haus hier draufzusetzen. Aber wir werden das jetzt, äh, so machen. Wir werden jetzt mal schauen. Ich muss mal hier... Sepplinge haben wir. Tropenholz ist natürlich ganz toll, ähm, dass wir das haben. Ähm, ja. Ist jetzt nicht gerade der Burner, muss ich sagen. Ähm. Ich sehe jetzt natürlich keine anderen Monster. Ich würde natürlich gerne weiter latschen. Und bis ich da hin sammeln. Oh, okay, super. Jetzt kommt es natürlich, war ja klar. Jetzt kommt es natürlich, umso weiter ich mich hier rumbewege, dass hier Monster kommen. Ist klar. Hm. Ihr seht, das ist jetzt gute drei Blöcke breit, drei Blöcke lang. Also ich kann dem jetzt wehtun, weil ich auch tun werde. Ähm, wie heißt du denn überhaupt? Bist du Sier... 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 Aha. Also in dem Video habe ich gestern schon einige gesehen, muss ich sagen. Die Bratwahn ist doch gar über Skalbom. Ja, hört sich richtig geil an. Bing. Oh, das war ein Skelett. Wuhu, du, ba. Okay, gut. Wir wollen aber hier abbauen. Wir brauchen Stones, wie gesagt. Wir wollen uns den Boden einziehen. Wir wollen uns eine Decke einziehen. Mein Problem ist halt gerade nur... Habe ich eigentlich einen Baum gesetzt? Ja, wir sehen von hier. Mein Problem ist halt einfach nur, ähm... Ich muss ja mal in dieser Nähe dieser Packel bleiben. Das heißt... Ihr seht, da sind schon wieder neue Monster gespawnt. Ich muss die halt immer wieder umsetzen, wenn ich weiter weggehen möchte. Anders wird das auch nicht gehen. Ähm... Ja, wir müssen uns dann halt beeilen beim Hin- und Herlaufen. So, wir wollen mal gucken. Ähm... Ich glaube, solange die Fackel steht, kann ich auch mich hochbauen. Aber ich würde sagen, da oben spawnen dann, glaube ich, Sachen in dem Moment. Ich weiß nicht, ob die... Die zählt auch hoch. Wie hoch? Ich glaube, auch nur drei, vier Blöcke. Also... Weil mein erstes Such war, hat eine Spinne auf meinem Kopf rumgetanzt. Also, das war ganz interessant. Also, nicht auf meinem Kopf, aber halt drei Blöcke über meinem Kopf, kann man so eher sagen. Hm... Mein Todespunkt kann ich auch mal wegmachen. So, während wir jetzt hier mal Steine kloppen, können wir mal über mein neues Konzept reden. Ihr werdet merken, diese Folge wird länger werden. Ich weiß halt nicht, ob das bei Mod-Paketen wirklich sinnvoll ist. Ich finde schon. Also, wenn ich so ein Mod-Paket spiele, möchte ich auch nicht nach 20 Minuten aufhören. Klar, wenn ich eine Mehrfachaufnahme mache von, ich weiß nicht, fünf Folgen, dann habe ich auch eine Stunde gespielt. Aber wenn es gerade spannend ist, hören meistens die Folgen auf. Ich habe mir vor langer Zeit, schon kurz bevor ich aufgehört habe oder Pause gemacht habe, wenn ich aufgehört in dem Sinne, hatte ich mir überlegt, längere Folgen zu produzieren. Ich rede nicht länger von 25, 30 Minuten. Ähm, das wäre wahrscheinlich, ähm, ja, für viele in Ordnung. Aber ich finde, ähm, ist mir immer noch alles zu kurz. Hatte ich mir eine ganze Zeit lang überlegt, längere Folgen zu machen. Auch mal 40, 50, 60 Minuten war meine Überlegung. Ihr denkt euch, wow, das ist jetzt nicht gerade, äh, wenig. Ja, da habt ihr recht, ähm, aber ich habe es ja nicht getan. Aber ich bin eigentlich von diesem Gedanken nie runtergekommen, weil ich mir dachte, okay, wartet mal einen Moment. Ihr sagt, ja, das wird jetzt lang werden und wann soll ich mir die denn angucken? Ja, Moment, ihr könnt euch die doch angucken. Ihr müsst die ja nicht auf einmal schauen. Hat ja keiner von euch verlangt. Ähm, seht ihr? Man kann die hier, weil hier ist der Tinkas drauf, nämlich auch reparieren mit einem Stück Holz. Äh, so, das ist mal kurz eingeworfen. Ähm, ihr könnt die Folgen ja, ihr müsst sie ja nicht am Stück gucken. Also, ich habe jetzt eine Let's Playerin vor einiger Zeit gefunden, die genau dieses Konzept auch macht. Wo ich mir dachte, wow, cool. Die traut sich gleich, dieses Projekt, äh, dieses so zu machen. Finde ich toll. Freute mich. Und ich gucke mir gerne Let's Plays. Das liegt dann natürlich auch an der Person. Ist ja wohl definitiv klar, wie sie es macht. Ähm, aber ich finde es schön. Die veröffentliche ihre Folgen so, die macht am Tag nur noch eine, äh, Folge von einem Projekt. Ähm, und das ist dann am Tag eine und die kommt um 20 Uhr. Oder 20.10 Uhr. Ist die dann öffentlich. Das ist dann also so, wie wenn ich mich um 20.15 Uhr vor den Fernseher hauen würde und würde meine Serie schauen. So schaut ihr denen in dem Moment ein Let's Play an, was ungefähr eine Stunde dauert. Eine Stunde und 15 vielleicht. Also, wenn ihr euch mal überlegt, ihr guckt euch eine Serie an. Das ist von, die fängt um Viertel nach acht an. Geht bis um Viertel nach zehn. Also, ist eigentlich dann schon eher ein Film. Da habt ihr recht. Ist ein Film, keine Serie. Zählt also nicht ganz so. Dann, ähm, guckt ihr vielleicht auch nur anderthalb Stunden Film. Der Rest ist dann Werbung im, im normalen Fernsehen. Ist ja definitiv klar. Entschuldigung, ähm, könnt ihr auch anders gar nicht so sehen. Ähm, guckt ihr privates Fernsehen. Ist das natürlich vielleicht was anderes oder Sonderes. Nein, habt ihr vielleicht gar keine Werbung. Dann guckt ihr dann halt von mir aus zwei Stunden. Komplette zwei Stunden ein Film. Natürlich, die Frage, ist das Projekt interessant genug, dass ihr euch das zwei Stunden angucken würdet. Das ist natürlich immer diese Frage. Ähm, ich weiß es nicht. Aber, wie gesagt, ich möchte es ausprobieren. Ich werde jetzt, ähm, versuchen, diese Folge schon, ähm, in der normalen Länge zu machen. Weil dann können wir auch ein bisschen weiter questen. Einiges erreichen. Ich weiß jetzt erstmal noch nicht, ob das das einzigste Projekt auf meinem Kanal bleiben wird. Und ich habe, wie gesagt, noch, äh, ein, zwei andere Mod-Packs, die ich ganz geil finde, wo ich echt drüber nachdenke, die auch zu machen. Ähm, ähm, aber, ähm, damit muss man erstmal abwarten. Ähm, ich fange jetzt, starte jetzt erstmal mit dem hier durch, würde ich sagen. Und dann schauen wir, es wird nicht jeden Tag eine Folge kommen. Nicht, wenn die Folgen natürlich anderthalb Stunden gehen, das ist klar. Ich werde jetzt erstmal langsam anfangen, ähm, mich wieder reinzusteigern. Also, mich, ähm, wieder in YouTube reinzufinden. Ich meine, da gibt es ja nicht viel zu verleeren, aber, ähm, hab ich den gekriegt? Woher? So, jetzt müssen wir die Torch verlegen. So, wo war ich den geliebt? Es gibt ja in YouTube nichts wirklich, was man, äh, nicht großartig reinfinden muss. Aber, ähm, ihr wisst, was ich meine. Ich muss nicht wieder täglich eine Folge veröffnen. Klar, wäre es vielleicht auch schön, wenn ich sage, okay, ich mache eine halbe Stunde eine Folge. Oder 25 Minuten, dafür eine tägliche Folge. Das ist aber Aufnahmetechnik auch immer erstmal so eine Sache. So, so kann ich vielleicht ein, zwei Folgen aufnehmen. Und habe dann für jede Woche in dem Moment eine. Die werden auch nur an bestimmten Tagen dann veröffentlicht. So, mal reparieren und weitergehen. Wir werden einiges an Steinen brauchen, um dieses Ding zu bauen, was ich möchte. Deswegen hacken wir noch ein bisschen. Klar, das ist halt auch ein langweiliger Moment. In der Folge, den könnte ich jetzt auch rauschnippeln und so weiter. Das Limes, die müssen wir immer gebrauchen, die geben uns Essen. Das, was die uns droppen, können wir nämlich essen. So, ähm, ich werde vielleicht, wie gesagt, noch ein, äh, weiteres Minecraft, ähm, Mod-Paket spielen. Auch einmal pro Woche dann natürlich. Und ich hatte überlegt, ein komplett anderes Spiel zu spielen. Ich meine, da spielen viele, ähm, das nennt sich, ich glaube, wer kennt's, ich muss mal gucken, und sage, spreche ich das jetzt richtig aus? Hearthstone? Ne, Hearthstone ist das Kartenspiel von Blizzard. Genau, das meine ich nicht. Ich meine Stoneheart, das ist dieses Aufbaustrategiespiel im Minecraft-Stil. Genau, das meine ich. Das habe ich mir auch gekauft, war einiger Zeit. Ich habe mir in der letzten Zeit einiges an Spielen besorgt, auch relativ günstig. Oh, guck mal hier, geile Sache. Glück, wow. Mhm. Ihr seht, die baut jetzt sogar für Holz ganz schön schnell Stein ab. Das ist mal richtig genial. Das finde ich richtig fett. Fetzig, und das ist das Geile an diesen Sachen. Die können alle leveln, ähm, hat auch richtig Spaß mit gelabeltem zu spielen. Ähm, ja, also dieses, äh, Spiel würde ich dann auch, äh, Let's Playen, auch vielleicht in dieser Länge. Also ich muss sagen, ich habe es privat eine Zeit lang gespielt. Muss sagen, ähm, ich hatte mir lange überlegt, ob ich das wirklich Let's Playen will, weil, ah, es ist immer so eine Sache hier, so ein Mod-Paket ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil ein Mod-Paket gibt einem Quests vor, sagt einem, was man machen soll. Also es gibt einem eine Geschichte vor, die wir jetzt nicht unbedingt nacherzählen. Also wir erklären uns, wir erklären klar die Geschichte. Und in dem Moment leben wir die Geschichte ja, weil wir sind ja da drin, in dem Sinne, durch die Quests ja auch gefangen, oder wir sind da drin ja durch das Mod-Paket gefangen. Und müssen anhand der Quests natürlich schauen, wie wir hier wieder aus der Sache rauskommen. Ist ja auch in Ordnung, ähm, im normalen Minecraft muss man sich halt einfach seine Aufgaben suchen. Und das muss man halt hier nicht bei diesem, äh, Stone-Half. Ich hoffe, das war richtig. Hm, also bei dem, nicht bei dem Kartenspiel von Blizzard. Nicht verwechseln, bitte. Ähm, ist es halt so, es gibt in dem Sinne keine Quests. Ich glaube auch, es gibt keine Kampagne. Also ich bin mir nicht wirklich sicher. Ähm, ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Ich muss mal gucken. Ich meine, da kann man auch schön bauen und sich echt einiges machen. Ich habe mich da auch schon teilweise wirklich festgefressen. Nennen wir es gleich mal, wie es ist. Aber ich bin auch schon ganz schön gescheitert, weil wenn man den Leuten einfach zu viele Aufgaben gibt, die kommen ja echt nicht hinterher. Also das ist ja ganz schrecklich. Ähm, also da kann man auch relativ schnell kläglich scheitern. Ähm, das ist definitiv einfach so. Da kann man machen, was man will. Hm. Wunderbar ist kaputt. Wunderbar nicht, aber, ähm, ja. Da habe ich mir einen Stein weggenommen, den ich mir eigentlich nicht, ähm, Entschuldigung, nicht wegnehmen möchte, wollte. Ich glaube, bald haben wir genug Stones. Ich meine, für was ist dieser Berg sonst da? Ich lade ihn nicht abzubauen. Ich meine, jetzt muss ich dernächst noch die Fackel wieder, ähm, setzen. Bin nur am überlegen, ob mir das nicht langt und ich nicht lieber da vorne jetzt nochmal auf dem Weg die Steine mitnehme und den Berg dann stehen lasse, wenn ich ihn brauche. Zack. Okay. Na, ihr seht, Creepershen und so, alles, alles, alles da. Alles hier. Endermänner, alles da. Und es gibt sogar in der Lava gibt es Mopsis. Oh, die sind auch riesig, ohne Scheiße. Entschuldigung. Also, die sind ja Wahnsinn. Die habe ich ja noch nie, ich meine, ich habe schon mal einiges an Mod-Paketen gespielt und Monster gesehen, wo ich mir denke, äh, ihr, euch gibt es nicht wirklich, oder? Doch, sowas gibt es wirklich, ähm, wir wollen die nicht verlieren. Alles gut, Jungs, alles gut. Bleibt da, wo ihr seid und ich bleibe, wo ich bin. Ich mache mein Ding, ihr macht euer Ding. Das ist zu weit weg von der Fackel. Wenn mich da ein Ske... Also, Skelette, achso, Skelette können durch diese Schutzbarriere schießen. Ähm, also schon mal vorweg. Es gibt hier Skelette, die können schießen und, äh, so eins wie das. Und es gibt Skelette, die können nicht schießen. Das, was da kommt, kann schießen. Ähm, und das kann uns aus dem Schutzschild, äh, auch rausschießen und beschießen. Also, das kann uns wirklich auch verletzen. Ähm, deswegen auch dieser Schutzwall. Ähm, so, jetzt haben wir erstmal... Einiges an Steinebiss. Ähm, ja. Mhm. Eins, zwei, das heißt, ich weiß nicht, ob ich das abbauen kann. Wenn ich da mal überlege, ob ich nicht erstmal die Decke ziehe. Also, die brauchen wir jetzt erstmal noch nicht so hoch. Ich würde den Baum halt nochmal wachsen lassen. Bevor ich die komplette Decke verschließe. Ich meine, das baue ich mir diesmal relativ großzügig. Ähm, Fenster werde ich jetzt nicht unbedingt einbauen. Also, äh, hat sich jetzt eigentlich nicht vor. Weil, wie gesagt, wir werden die meiste Zeit im Cube eigentlich leben. Ähm, und hier unten. Und halt gucken. Ähm, die Fackel, äh, die steht mir irgendwie... Ähm, das ist... Ähm, mir passt das halt da draußen jetzt gerade nicht, dass ich das habe stehen lassen. Ähm... Ja, ich weiß noch, heute wollte ich die ganze Zeit vermeiden, damit zu machen. Ähm... Ich muss halt die Fackel weiterbauen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie breit und wie groß und genau, wo ich das Ding jetzt ansetze. Ähm, das ist mir gerade echt ein Rätsel. Ähm... War... Also, ich hatte mir schon überlegt, mal wieder eine anständige Maus zu besorgen. Aber, das wollte ich jetzt nicht in der kommenden, äh, Zeit machen, sondern erst viel, viel später. Ja, ich bin jetzt von der Fackel eigentlich sehr weit weg. Es kann auch sein, dass das Spiel jetzt gleich mal eine Runde hängen wird. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut für euch. Unsere Katzen fangen gerade mal wieder an, ein bisschen, äh, am Rad zu drehen. Also, ich habe an der Schwierigkeit nichts verändert. Also, dabei wird euch nichts wundern. Ähm, die Schwierigkeit ist, äh, so geblieben, wie sie war. Ich weiß auch gar nicht, ob man hätte sie verstellen können. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Ich möchte es auch gar nicht jetzt, ähm, ausprobieren. Deswegen... Ähm, ähm, ähm... Ich hatte mir jetzt auch ein etwas, ähm, günstigeres Headset geholt, weil meins nämlich kaputt gegangen ist. Weil ich ja natürlich schon auf einem großen Membran-Mikrofon jetzt natürlich irgendwann auch hinaus bin. Weil ich mir, wie gesagt, auch während meiner Pause darüber Gedanken gemacht habe, äh, nicht aufzuhören, sondern, äh, schon weiterzumachen. Ähm, nur halt, wie gesagt, erst mal eine, äh, gewisse Zeit braucht, äh, eine kreative... Eigentlich könnte ich den Boden auch hier oben einziehen. Eigentlich bräuchte ich den gar nicht da unten einziehen, den hier oben einziehen und mir dann eine anständige Treppe schön da einmal... Man muss den da rundherum bauen, sonst kommen wir nicht an die Items, weil da unten ist auch Wasser und alles, was wir halt brauchen. Also, ich glaube, wir werden den Boden in dieser Höhe einziehen und werden alles an Treppen, Geländer, werden wir, denke ich... Ähm, wo steht die Torch? Da steht die Torch. Ich muss daraus jetzt erst mal Bohnenmüll machen, weil, ähm, ich brauche jetzt irgendwo natürlich Platz. Ich muss die Torch jetzt bewegen, aber ich hätte auch diese vier Steine und diese zwei Steine einfach auch verbauen können. Oh, ich glaube, wir müssen, äh, gleich nochmal lossteine besorgen, weil das wird nicht lang. Ich bin jetzt auch, glaube ich, fast aus dem Radius raus. Oh, oh. Gut, ich könnte hier anscheinend entscheiden, dann fällt mir erst mal da keiner, äh, drauf. Oh, ihr müsst hier aufpassen, hier sind nämlich auch, wie gesagt, Löcher. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich diese Torch, äh, stehen lassen will. Ach, ja, lassen wir sie stehen, egal. Gut, hier ist jetzt Kies, äh, jetzt nicht so. Ihr hört schon Wasserrauschen, ist auch da. Also hier ist Lava, hier ist Wasser. Ihr habt ja alles, was ihr braucht. Einmal Wasser und ihr bekommt dann mit dem Einmal Wasser, bekommt ihr dann eigentlich auch eine unendliche Quelle, habe ich gesehen. Also ich habe auch, wie gesagt, ähm, am Anfang echt überlegt, wie das alles funktionieren soll und überhaupt. Und bis ich dann durch den Let's Play dann gesehen habe, dass das auch, äh, geht. Ja, wir dürfen halt, wir müssen es halt auch rausleuchten. Und ich glaube, ähm, ähm, wenn ich mich nicht irre, ähm, spawnt hier in der Dunkelheit trotzdem Sachen. Also es hat nichts damit zu tun, ob man es ausleuchtet oder nicht. Ich glaube, im Endeffekt, es bleibt, glaube ich, sogar so, dass wir trotzdem Sachen spawnen. Ähm, ich werde euch jetzt fragen, warum bauen wir eigentlich jetzt dieses Riesenteil hier auf. Das ist relativ simpel. Hier draußen wächst eigentlich auch nicht viel. Ähm, aber hier drinnen werden wir unsere Cubes spawnen. Wir werden hier auch noch eine Ersatzkiste hinbauen, wo wir so einen Ersatzschrumpfer einbauen und so verschiedene Sachen. Den Trick fand ich nicht schlecht, weil wir sterben sollten durch irgendein blödes Missgeschick oder so weiter. Dass wir halt die Möglichkeit haben, ähm, äh, die Möglichkeit auch haben, ähm, immer Ersatzwerkzeug, Waffen und so weiter hier oben drin zu lagern. Weil wir müssen ja schauen, wie wir von dem Turm immer hier herkommen. Gut, ohne Schutz, das geht halt nicht, weil die Fackel steht ja in dem Moment hier da und beschützt eigentlich unsere Cubes. Ich meine, die Wand beschützt dann in dem Moment ja unser komplettes, äh, Gebäude. Ich würde natürlich gern auch mal einen anderen Zeppling setzen, aber nicht gerade hier. Ähm, das ist zum Beispiel jetzt schon wieder sehr weit von Fackel weg. Von Fackel. Ich nenne sie jetzt mal mein Lieblings-Item in dieser Welt, weil, ähm, ist es in dem Moment ja auch. Ja, wir könnten mal an der Quest weitermachen. Was sagt denn die Quest? Genau, das sollten wir machen, ähm, ich müsste aber dafür jetzt eigentlich erst mal... Ja... Was ist... Wolltest du mir rauszukommen? Das Blöde an diesem Mikro ist, wenn ich, ähm, das Mikrofon, äh, stumm schalten will, weil ich husten muss oder mich etwas häusbaren muss und das wird jetzt gleich bald passieren, weil, durch die Erkältung, die ja gerade erst angefangen hat, leider, ich irgendwann husten muss und ich gar keine andere Wahl habe, wird das ein sehr lautes Klacken drin ergeben. Ähm, das Problem ist, dass ich halt, wie gesagt, einfach nicht da drum rumkomme. Ich muss leider mal husten. Wir werden dieses Rottenfleisch brauchen, deswegen sammle ich das wie... Äh, hab ich's gekriegt? Ich hoffe. Ja, zwei haben wir... Ich muss die Fackel einsetzen. Ich muss runter zum Cube. Nein, es liegt da unten. Oh, nein. Wenn die weg ist, dann haben wir ein Problem. Wenn die weg ist... Oh, da ist es. Haben wir das größte Problem, was es gibt. Mhm. Und jetzt sind alle Seiten in dem Moment ungeschützt. Hier können überall Monster rein. Wir müssen sie erst immer totschlagen, müssen die Fackel erweitern. So. Ähm, wir kommen so natürlich nicht rein. Nein, wir schrumpfen uns und gehen da rein. Ich muss das Mikro jetzt leider ausmachen. Ich muss mich mal kurz räuspern und husten. Entschuldigung, das wird jetzt wahrscheinlich laut gewesen sein. Ähm, tut mir auch wirklich leid, aber es ging jetzt nicht anders da. Aber da die Erkältung, wie gesagt, gerade erst angefangen hat, ist das halt einfach problematisch. Den Kopf, ja. Ich werde diesen Cube jetzt erstmal benutzen, um einfach jetzt mal... Oh, Spaß. Ja. Hm. Einmal erstmal als Lagerraum zu nutzen, weil... Solange unser Raum da oben nicht steht, werde ich diese Kiste nicht abbauen, weil die ist abbaubar. Abbaubar, das wusste ich auch nicht. Ähm, ich habe immer den Cube kaputt gemacht und dadurch geht alles, was da drin steckt, natürlich kaputt. Ne, Schild kommt, glaube ich, raus, ob die Kiste verschwindet. Also, das ist schade drum. Das muss ja nicht sein, auch wenn es eine kleine Kiste ist. Ist ja egal. Ist ja... Ja, hauptsache, das ist eine Kiste, die kann man oben dann stehen lassen in der Nähe von den Cubes. So. Hm. Wir wollten schauen nach den Quests. Wir wollten... Ach, stimmt, das können wir auch machen. Wir haben doch ein bisschen Holz. Hab doch gerade ein bisschen Holz gemacht, oder? Dann machen wir uns mal... Weil es gibt nämlich... Hier ist ja das Tinkas drauf. In dem Moment hat Tinkas natürlich... Ich könnte die natürlich auch oben hinstellen. Das ist richtig. Da wir, wie gesagt, die meiste Zeit eigentlich im... Ja, wir müssen eigentlich nicht im Würfel leben. Wenn wir dieses Haus stehen haben, können wir da Werkbänke reinmachen und so weiter. Und die Würfel stehen, hängen zum Beispiel an der Wand oder stehen in der Mitte des Raumes. Und an diese Würfel kommen ja die nächsten Würfel. Und da sind dann Felder drin, Baumanlagen, Tiere und so weiter und so weiter. Ja, man kriegt ja auch Tiere. Man kann die sogar als Belohnung bekommen. Das Glück hatte ich gestern. Hatte natürlich gehofft, dass ich dieses Glück heute wieder habe. Ähm... Ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich meine Tasche sortiert habe. Ist egal. Ähm... Wir müssen mal was essen. Ja... Ähm... Gut. Ja. Was das ist... Ich denke mal, dass man da den nächsten Cube reinlegt und dann denke ich... Weiß ich gar nicht. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich denke mal, das muss man auch irgendwie aktivieren. So, wir wollten Half Steps eins. Wir brauchen sechs Stück. Das sind sechs. Richtig. Wir brauchen dafür Holz. Das sind vier. Fast. Wunderbar. Dann schließen wir mal die nächste Quest ab. Ähm... Diese Maus ist was. Was habe ich jetzt gemacht? Warte mal. Ich wollte gar nicht raus. Irgendwie war das, glaube ich, falsch. Ja. Genau. Wir werden... Wir brauchen... Das Problem ist, wir brauchen diese Fackeln. Ich meine, die bringen nicht viel, aber wir bräuchten sie. Hm. Ich glaube, wir können aber auch mit Holz... Wir brauchen sie halt später für eine so eine Quest. Aber in so einem Reward Pack könnte halt aber leider... Auch, ähm... Auch nicht schlecht. Aber wir sollten jetzt mal vorsichtig langsam sein, weil wir bräuchten demnächst auch wieder Platz oder Kisten. Ich baue mir mit Absicht gerade keine Kiste. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum ich mir keine baue. Weil... Wir haben jetzt hier eine Quest. Das ist diese da. Das sind Stone Locker. Das sind nämlich Kisten. Da kriegen wir nämlich sowieso nochmal zwei. Und Barrels kriegen wir. Gut, die sind jetzt nicht so wichtig. Die werde ich jetzt hier drin natürlich nicht aufstehlen. Ähm... Klar, ich muss jetzt diese Tools auch noch machen. Und dann bekomme ich auch noch so Flints, die wir dann auch wiederum brauchen. Also es zieht sich weiter. Ja, ich muss hier einiges töten. Das heißt, wir müssen eigentlich irgendwo auch Monster ans Haus kommen lassen. Müssen wir halt schauen, dass wir das halt so schnell wie möglich auch hinkriegen. Ich würde sagen, wir probieren es mal mit diesen Stone Locker. Die waren eigentlich jetzt nicht schwer. Ähm... Außer... Ähm... Dass ich dafür Baumstämme brauche. Stone Locker. Ne, wir brauchen die Falttür und... Äh... Bruchstein. Okay, das ist nicht das Problem. Falttür wäre eher mein Problem. Weil ich nicht weiß immer, wie man eine Falttür baut. Ich meine, gut, in so einem Mod-Paket würde mir sogar das Mod-Paket sagen, wie es funktioniert. Also müssten wir jetzt einfach mal, geben wir doch mal eine Falttür ein. Lass uns mal eine Falttür. Ich habe es mir gestern angeguckt, wie es funktioniert. Ja, das ist jetzt mal heute. Ich komme, dass ich jetzt schiss, hätte ich mir hier denken können, oder? Ja, zwei brauche ich. Super. Und das schöner ist, glaube ich, das funktioniert ja in jedem Mod-Paket, denke ich mal. Also das wissen bestimmt alle. Ähm... Wir brauchen den Stone-Locker-Frage-Zeichen. Ähm... Habe ich nicht alles da? Was fehlt mir? Also, muss ich dafür eine Taste drücken, dass der das einfügt? Äh... Eigentlich... Ach so. Ne, das suche ich doch gar nicht. Warte mal, Moment. Äh... Äh... Ja. Holz und Stein. Also irgendwie hat der das gestern anders da gemacht. Also bei dem, wo ich mir das Let's Play angeschaut habe, hat das besser funktioniert. Ich sehe schon, wir brauchen Holz. Hm. Okay, der sieht bei mir ein bisschen komisch aus. Äh... Holz habe ich natürlich jetzt keinen. Ich muss natürlich jetzt vier Holz machen. Das werden wir auch tun, ja. Zack. Wir brauchen nämlich zwei Stone-Locker. Die Quest ist jetzt dann abgeschlossen, wenn wir, äh, zwei gebaut haben. Okay. Dann wollen sie ein Better Barrel. Das weiß ich schon mal im Voraus. Aber das haben wir erledigt. Ein besseres Fass. Ähm... Sieben Stämme geht auch. Und was habe ich gesagt? Eine Kiste geht also dann schon mal in dem Moment nicht. Weil wir ja dann schon, äh, jetzt schon wieder die Stämme aufbrauchen. Das heißt, wir müssen raus, müssen uns um den Baum kümmern. Ähm... Der muss gemacht werden. Das ist Rottenflash. Das werden wir dann auch später brauchen. Das kann man dann aufhängen. Aber wir können... Ne, die Stone-Locker können wir noch nicht aufhängen, soviel ich weiß. Doch, können wir. Ich glaube, das zählt in dem Moment, dass wir die aufhängen können. Weil dann lagere ich jetzt, äh, das sind zwei verschiedene so Art Küchenschränke. Ähm... Die werden wir jetzt einfach mal da hinhängen. Da werden wir jetzt mal die Ersatz... Weil ich möchte auch ein Ersatzschrumpfgerät draußen lagern. Wie gesagt, dass wir immer in die Cubes reinkommen. Die Steps werde ich jetzt erstmal nicht benutzen. Die werden wir gleich brauchen. Ja, Holz, äh, den Bruchstein gleich zum Weiterbauen behalte ich drinnen. Jo, mhm, genau. Hier haben wir das. Das ist okay. Gute hätte ich jetzt auch nochmal Stones. Die sind nicht besonders. Das sind ganz normale Steine. So, hier hätte ich auch... Ja gut, ich hätte das Holz. Aber ich möchte jetzt, äh, trotzdem mal nach draußen nach dem Baum gucken. Weil das muss ja sein. Ähm... So, dann schauen wir mal. Wir gehen nach unten. Das liegt, glaube ich, egal, wo du jetzt hinklickst. Weil wir haben ja nur diesen einen. Mhm. Ich sehe schon, wir sind gerne Monster. Aber wir müssen die Fackel umsetzen. Ist das die richtige? Nicht, dass wir hier... Hey, ich darf die nicht verlieren. Äh... Äh... Wo? Ähm... Ja. Okay. Es sieht sehr monsterfrei momentan aus. Was ich natürlich toll finde. Ich glaube, natürlich schon einen Glück gehabt. Die Wand steht noch nicht im Wege. Ähm... Ich weiß auch gar nicht, ob wir ein Dach brauchen. Ich denke mal, dass ich wahrscheinlich ein Dach mit Steps, mit diesen Steps bauen werde. Weil eigentlich werden wir... Äh... Wollen wir ja nicht, dass uns was da drauf spawnt. Also denke ich, werde ich die auch Steps bauen. Ja... Das werden wir tun. Ja. Genau. Sehr schön. Na, wunderbar. Hat geklappt. Kommt da auch ein Zeppling raus? Ähm... Okay. Diesmal kommt kein Zeppling raus. Das ist natürlich sehr... Na doch, klar. Einer ist besser wie keiner. Wir werden... Oder war das noch einer? Nö. Ah, keiner mehr. Der Decade ja komplett. So. Wir haben jetzt das Holz zusammen. Ich überlege gerade doch nochmal komplett jetzt schnell zu erweitern. Schnell, ähm... Die Fackel zu nehmen, abzubauen und... Oh, ey. Hab ich jetzt Bammel eben gerade gekriegt. So. Eben hab ich hier schon Bammel gehabt. Lass die Fackel weg. Also die Fackel ist wirklich unser Heiligtum. Diese Fackel ist oberst notwendig. Die dürfen wir nicht verlieren. Ich glaub, das hab ich schon 50 Millionen mal gesagt. Aber es tut mir leid. Wir können das nicht oft genug sagen. Diese Fackel ist lebensnotwendig für unsere Überleben. So. Ähm... Ja. Ja gut, das Ding klopp ich jetzt auch raus. Das ist mir... Ich kann ja dann nachher immer noch Fenster setzen. Daher ich bin jetzt wahrscheinlich schon wieder vom Radius zu weit, denke ich. Von der Fackel weg. Ich muss immer aufpassen. Jetzt zählen nur drei Blöcke. Das habt ihr ja gesehen. Drei Blöcke lang und drei Blöcke breit. Wie gesagt, ich denke, ich werde hier einen Boden einziehen und darunter wegarbeiten. Weil eigentlich ist das hoch genug, um hier eigentlich... Um eigentlich hier zu arbeiten. Ich würde gerne wissen, wo ich jetzt aufhöre mit dem Teil. Ich würde ja sagen, wir machen hier Schluss und machen hier dann zu. Ähm... Wir werden den Zaun hier wegkloppen. Wir könnten es auch noch größer machen. Aber ich... Denke, das ist schon okay so. Ähm... Da hinten steht ein Zombie, den sehe ich. Ne, das ist alles Stein. Das ist alles Stein. Das ist Kies. Oh yes, baby. Oh, es ist nicht runterfallen. Ja, wunderbar. Ja, wie gesagt, hier drinnen kann auch was spawnen, wenn das hier zu dunkel ist. Spawnt auch hier drinnen Sachen. Da unten ist unsere Wasserquelle. Die können wir einmal benutzen. Also wir... Können sie halt nur einmal benutzen. Das wird uns aber für die Quest langen. Also für die Quest... Da ist kein Kies dabei. Das ist wunderbar. Das nehmen wir auch so, wie es ist. Ähm... Ähm... Ja, komm her. Danke. Das kloppen wir auch raus. So würde... Ich muss mal ein Stück Kaffee nehmen, damit es also mittlerweile schon was kalt hat. Ähm... Ja, das geht. Ähm... Er ist noch lauber. Aber für die Aufnahme wird er noch langen. Ähm... Also wir werden in der ersten Folge halt nicht viel schaffen. Werde die Folge dann bearbeiten. Werde sie dann hochladen. Ähm... Mal gucken, ob ich sie heute noch veröffentliche. Irgendwann ihr fragt, was das heute heißt. Also ich nehme sie heute am 13.10. auf. Ähm... 13.10.2015. Und jetzt haben wir gerade kurz vor... Zwei Minuten vor acht. Äh... Morgens. Ähm... Heute früh habe ich da ein bisschen Zeit. Da kann ich das in Ruhe machen. Deswegen... Nehme ich das nämlich auch so zeitig auf. Ja. Wir werden halt da jetzt darunter dann wegarbeiten. Und ich denke, wir werden das alles schön sauber machen. Dass wir eine saubere Oberfläche haben. Werden uns eine Treppe nach unten bauen. Und werden dann immer hier so schön runter gehen. So hatte ich mir das gedacht. Das werden wir tun. Dass wir einen schönen sauberen Abgang haben. Ja, das ist Kies. Ich weiß, das hätte man auch anders regeln können. Ja, blöd ist jetzt natürlich, dass ich die Ecke nicht gemacht habe. Ja, ihr sagt euch, Sand ist hier nicht sehr viel. Kies haben wir genug. Sand ist hier schon noch verteilt. Also wir müssen halt irgendwie gesagt immer diese Fackel mitnehmen. Und das sammeln ist ja nicht das Problem. Wir werden das auch tun. Hier wird es auch noch mehr Sand geben. Natürlich jetzt nicht unbedingt auch außerhalb. Hier gibt es so ganz bestimmte Steine. Ein Erz ist es nicht. Kann man nicht sagen. Ich sehe jetzt auch gerade keins. Da unten. Doch, das da unten. Das da unten. Seht ihr das? Ah, ich muss mehr Dinge installieren. Das sehe ich gerade. Optifine. Da unten, das seht ihr. Das daraus kommt Sand. Gravel. Und was kommt da noch raus? Blind? Ich weiß nicht. Ich kam da mehrere Sachen raus. Und die müssen wir halt auch unbedingt abbauen. Weil wir müssen ja auch später die Smeltree bauen. Die werden wir hier brauchen. Die ist hier sehr wichtig. Ihr werdet auch sehen. Hier gibt es nicht so viele Erze. In diesem Gang hier unten. Also wir müssen gucken, wie wir noch an Erze kommen. Ich habe da, wie gesagt, noch keine Ahnung. Ich habe mich, wie gesagt, ich habe erst ein paar Folgen von dem Projekt von jemand anderes gesehen. Also ich bin jetzt auch noch nicht so super weit mit dem Projekt. Fenster wären eigentlich nicht verkehrt. Also Fenster würde ich schon gerne haben. Ich weiß, es gibt hier irgendwie auch Special Mops. Aber eigentlich, ja, Fenster wären trotzdem nicht verkehrt. So rausgucken möchte ich schon irgendwo auch gerne mal. Ich möchte halt auch nicht reinfallen. Ich denke mal, dass ich jetzt von der Packel schon wieder viel zu weit weg bin. Was ist denn das für eine Fackel? Das ist eine normale... Ja, seht ihr mal, die normale Fackeln, die hier stehen, die gehen sogar kaputt. Ja, das macht ja nicht viel Sinn, weil da halt alles aus Gravel besteht. Man könnte ja auch verschiedene, man könnte ja auch Türen einsetzen. Das wollte ich eigentlich auch mal tun. In Tüten, ja. In alle Richtungen einmal eine Tür setzen und einmal außenrum wahrscheinlich... sauber machen, also sprich alles aufräumen. Wir müssen jetzt... Es ist halt blöd, dass man hier halt, wie gesagt, wenn man die Fackeln abbaut... Ja, ich denke, in dieser Folge werden wir es schaffen, dieses Ding zu verkleiden endlich. Was auch mein Ziel war. Das war eigentlich mein größtes Ziel. Bin ich denn hier in der Packel? Ja, wunderschön. Na, dumm gelaufen, würde ich sagen, Kollege, hm? Ja, was ist dein Problem? Ich komme und hau dich mit der Bratpfanne. Ja, naja, ich komme und hau dich mit der Bratpfanne. Also Sand würde ich gerne versuchen, irgendwie mitzunehmen, alles, was hier so rumliegt. Ähm. Oh. Junge, du tust mir leid. Oh, tut mir leid. Tut mir echt leid für dich. Tut mir echt leid für dich. Weil wir werden immer von da vorne kommen. Von diesem Turm. Wir könnten es größer bauen, aber ich denke, größer macht es einfach gar keinen Sinn. Deswegen, ähm, lassen wir das auch jetzt so. Ähm. Die Wand würde ich, müsste ich da einziehen, sehe ich gerade. Also hier, sprich, ähm, dann werden wir das auch tun. Wir werden, oh, das hat er eigentlich ganz gut gepasst. Der wäre doch an die richtige Ecke gesetzt. Ja, was ist, müsstest du hier rein? Ähm, tut mir leid für dich. Ähm, hier ist geschlossene Gesellschaft. Also, äh, nichts für auswärtige Gäste. Ähm. Na, was ist? Ei. Noch darfst, bist du an der Fackel dran. Aber dann ist mir das blöde. Egal, mein Freund. Das blöde ist, wir brauchen halt auch das Fleisch, was die geben. Das ist halt auch immer so das Manko. Wir brauchen das halt. Ich mache das jetzt mal mit Absicht hier schon zu. Ähm, da drunter werden wir uns dann schon freiarbeiten. Das werden wir machen. Wir werden diese Fackel sitzen lassen. Wir brauchen Licht hier dringend. Definitiv. Äh, dann brauchen wir dringend stüren. Das werden wir, ähm, auch erledigen. Du! Oh, da habe ich, glaube ich, gerade mal irgendwo was vergessen, würde ich sagen. Na, du, da, da, nein, nein, nein. Ja, dann gibt es gleicher. Danke. Das habe ich gebraucht. Ja, gut, die Fackel ist es. Das ist halt, das war jetzt eigentlich mehr Glückssache, würde ich sagen, dass ich da, ähm, jetzt, ähm, nichts abgekriegt habe. Weil normalerweise hätte der mich jetzt natürlich erwischt. Ich muss natürlich auch, wie gesagt, schauen. Ähm, es zählt halt auch nur alles, wie gesagt, ein gewisser Radius. Ist schon groß, was wir uns da, was wir uns da, was ich da gebaut habe, oder? Naja, gut, komm, ist egal. Äh, wir machen hier zu. Ja, wir machen uns dann schon noch irgendwie mal neue Öffnungen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt ein Fenster brauchen, aber, ich denke, Steps zu bauen, wäre hier keine verkehrte Sache. Ähm, das Blöde ist halt, dass die Fackel nicht wegräumen will. Aber aus dem Prinzip, wir werden, ähm, wenn wir die abbauen, ist sie nämlich kaputt und das möchte ich eigentlich nicht. So, wir haben jetzt auch nicht mehr viel Stein. Wir haben ein bisschen Sand. So. Wir stellen die Torch gleich hier hin. Dann kommen wir jetzt hier an den Gravel dran. Mhm. Ich weiß jetzt halt, wie gesagt, nicht heute am Dienstag, ähm, ich werde, denke ich, die Folge, wie gesagt, heute veröffentlichen. Ob die jetzt regelmäßig dienstags kommen, weiß ich noch nicht. Da muss ich mir Gedanken machen, weil ich muss ja, wie gesagt, nach dem zweiten Projekt noch schauen, was ich machen will. Und dann, wie gesagt, nach diesem Stonehof, ob ich das wirklich mache, ähm, das weiß ich halt jetzt auch noch nicht. Ich, ähm, muss ich schauen. So, die Treppe wollen wir mitnehmen. Die brauchen wir eigentlich nicht da unten drin, ähm, also, wenn wir klar, hier ist nämlich Kies. Oh nein, oh nein. Ähm, ja, das war noch nicht mein Plan. Das macht aber nichts, dass das noch ein... Ah, da ist ein Schleim. Den könnte ich gebrauchen. Der droppt nämlich, wie gesagt, etwas, was man essen kann. Ähm, gut. Wir werden hier, denke ich, die Tür setzen. Ja. Und wir müssen jetzt drüber nachdenken, hier eine Fackel zu setzen, weil, wie gesagt, ihr seht, es wird hier... Verdammt dunkel. Tö-tö-tö-tö-tö. Ich bin echt gerade am überlegen, wir brauchen dringend Holz, ähm, weil eigentlich... Ja. Komm Schleimi, dich will ich eigentlich haben. Und ich muss dich nur näher kommen lassen. ich will dich mit der brad von hauern komm her komm her was zu essen ich meine ich habe noch kekse und fisch aber bauen für die brad war eine geil ja mein problem ist halt ich müsste halt jetzt raus wenn der was hat fallen lassen brauche ich das eigentlich da ist ja er hat nichts getroppt kann doch nicht wahr sein na gut es ist halt noch sehr offen dadurch dass wir halt noch keine decke richtig drinnen haben ja hier drunter sind stufen stufen und sauen und das ist nichts nicht unsere die fackel will ich eigentlich nicht wegreißen also lassen wir sie stehen sie gibt uns wir machen jetzt erstmal alles gerade mal definitiv zu weil wir einfach jetzt das mal schauen ich weiß nicht ob mir das gefällt dass da unten so ein blöder zorn ist nein eigentlich nicht ihr seht ich war schon wieder sehr weit von der fackel entfernt man wird extrem nachlässig mit der zeit weil man einfach gar nicht daran denkt weil man denkt okay du hast jetzt deine wände um dir da kommen keine monster rein aber wie gesagt sie spawnen ja auch im inneren des ganzen das macht sich dann halt schon bemerkbar hier die tür rein paar fenster hier eine tür rein da eine tür rein da eine tür rein ein paar fenster und gut ist das ist schon mal gar nicht so schlecht wir haben gerade noch 42 steine das ging doch ganz gut auf habe ich die steps nein ich habe die steps nicht ich werde die Fackel nehmen ich werde sie hierhin stellen ich will den baum noch mal kurz vergrößern dann die man die Q wer die Zeit haben wir noch wir gehen dann in die QP und die steps bauen die Decke und werden nicht mal gucken ob wir dann mit dem genug holz dann auch schon die nächste Quest abschließen können naja ich trinke nochmal schon Kaffee ja genau so werden wir das machen also wie gesagt ich bin gerade froh das Modpack läuft gerade extrem stabil wenn ich nochmal einiges an den Einstellungen gemacht habe jetzt habe ich das Problem jetzt muss ich schon wieder ganz schön husten das passt mir gerade überhaupt nicht und jetzt wird es gerade laut bei uns draußen weil wie gesagt wir haben jetzt schon 8 uhr das heißt Schulzeit natürlich ist ja klar gut 20 holz das ist schon ja gut ich glaube zum weiterkästen immer noch ein bisschen holz mit oder ja ich glaube ich muss noch mal husten das wird jetzt leider noch mal sehr laut das tut mir leid einen kleinen moment bitte Entschuldigung wenn wieder da so das ist ja da muss ich mir was einfallen lassen wenn ich muss ich mal Aufnahmeprogramme Mikro stumm schalten können per Taste hatte ich früher auch eigentlich so eingestellt gehabt ich weiß gar nicht warum das nicht mehr drin war ach so war mein letztes Headset ähm ich ja auch ein Knopf hatte und das nicht gemerkt hat ja ist egal tut mir auch leid also mit der Erkältung das ist halt wie gesagt ähm ich weiß auch gar nicht wo ich die her weil so bei uns war jetzt so eigentlich gar keiner krank also ich kann mich jetzt auch nicht daran entzinnen dass irgendwie jemand krank war bei uns sehr schön also ich finde das ja super ähm so ein Turm abzubauen wäre natürlich auch interessant für Stones weil wir werden viele Steine brauchen und wir werden hier unten nicht mehr genug rauskriegen deswegen müssen wir draußen halt auch roden ähm ist klar maschinentechnisch brauchen wir ja auch sehr viele Steine aber das sieht schon irgendwie merkwürdig aus ich hätte mir Steine brennen sollen das hätte vielleicht besser ausgeräten nee so genau wollen wir es nicht machen so ähm Platz machen die Torch schnappen und runter zum Cube gehen eigentlich ist es blöd aber ähm wir haben ja gar keine andere Wahl seht ihr das da da unten ist so ein Vieh seht ihr das das bewegt sich die Lava bewegt sich da guck guck seht ihr ein Lava Vieh voll das Monster Ding haben wir es noch nie gesehen sowas aber okay es gibt sowas also gut wir wollten nach den Quest schauen wir wollten ein Better Battle bauen ein besseres Fass wollen wir bauen richtig genau dafür brauchten wir eine Kiste, Holzblöcke und eine Platte ähm äh dich und die nehmen wir gleich mit die brauchen wir gleich 60 Stück könnte eng werden machen wir Steinstufen eigentlich aus normalen Stein oder? aber blöd ist wir haben ja schon wieder keinen Stein mehr weil ich hier alles schon wieder verballert hab aber wir haben ein bisschen Sand das trifft sich gut äh äh warum komm ich denn eigentlich da rein ich glaub sowas kann man da rein das schmeißen wir hier rein ja das sind wichtige Sachen die kommen dann da rein Blöcke sind eher eher so das äh ja aber wir haben noch ein bisschen Blöcke aber okay das ist ein Doppelschrank nicht wundern ja also das ist ein Doppelschrank Sticki kommt da rein so jetzt wollen wir mal das bessere Fass wie schaut das denn aus? ähm achso ja also ich kann nicht verstehen warum das bei mir nicht klappt ein besseres Fass bang gut Quest beenden ja ich weiß wir werden die Fackeln brauchen und das wird auch echt ein Problem werden aber wir diese Rewardbacks sind halt auch wirklich wichtig für uns ich hoffe dass da immer wieder noch neue Cube oder Eier drin sind na egal das hätte ich mir auch sparen können schon wieder Redstone man 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 okay das sind wichtige Sachen das sind bessere Fässer nochmal besseres Fass und nochmal sowas brauchen wir vorerst nicht wir haben gerade genug Platz ähm wir werden aber gerade noch einen Moment weiter questen dass wir schon ein bisschen was haben ähm m m den menner wird natürlich ein bisschen schwierig werden wir haben ja noch nicht mal eine Bappe aber das macht jetzt nichts wir werden ähm ein Bücherregal bauen nein nein kann ich das auch so eingeben klar ein das ist nur kreativ war das ist ja ganz einfach haben wir auch noch fertiges holz umwandeln wir brauchen sechs stück das heißt wir werden das so klar gemacht das seht doch her wunderbar das ist auch erledigt wir nehmen das ist natürlich auch wichtig was machen wir wollen wir jetzt in der mitte spielen oder wie es kommt wir werden das bücherregal erst mal hier drin aufstellen nachher werden wir natürlich alles abbauen ist klar jetzt momentan werden wir natürlich erst mal die ganzen bücher da rein lagern so da werden wir uns auch unsere quest bücher rein so hatte ich mir das nicht vorgestellt nein ein questbuch behalte ich tschuldigung so wir werden nämlich jetzt noch schnell ein zwei quest machen das ist gut das haben wir erledigt jetzt brauchen wir das das habe da werden wir noch nicht dran gehen wir werden jetzt das hier bauen eine werkzeugstation basteltisch und schablonen stanzer machen wir schon mal ist die gieß und geht nicht ich muss erst holz machen ja wir werden das so machen so und dann haben wir erst mal die pattern genau acht stücke schon mal nicht verkehrt wir werden noch mal eine werkbench brauchen und wunderbar das heißt wir machen zack da haben wir die werkzeug stadt ich habe noch ein buch da haben wir die werkzeug station da haben wir noch ein buch den schablonen stanzer und den basteltisch das problem ist dass hier drinnen aufzubauen ich meine platz technisch gesehen wird das gehen wir spawnen ja immer wieder in der mitte ich weiß ich werde die jetzt auch verkehrt aufstellen das werde ich nämlich immer tun ich hoffe die hat jetzt gezielt und ja jetzt nehme ich nachgabe den wort der krepp über die wort danke fürs geschehen du wolltest mich doch jetzt mal richtig ja darüber wollten wir jetzt aber nicht sprechen hier ist eine schablonen kiste da kann man schablonen und die benutzen wir jetzt auch so wir machen auch gleich schon die nächste quest es geht auch gleich weiter dies erledigt und das wäre die nächste das wollen wir jetzt eigentlich das nächstes machen das könnten wir machen und das weiß ich jetzt noch nicht das ist blöd ich habe nämlich gar keine ich habe nämlich nur noch die das ist jetzt natürlich dämlich aber wir könnten holzkohle probieren zu machen das habe ich nämlich nicht getestet ob das hier funktioniert und ob der dann das als fackel anerkennt also der raum wird voll ihr seht der wird voll ich meine für den anfangs cube ist es denke ich mal okay dass wir den erstmal so voll ballern wir brauchen mal gucken ob das mit der holzkohle klappt jedenfalls wir machen erst mal der quest weiter wir haben jetzt noch einen platz dann können wir dann hierhin bauen da weiß ich noch nicht was wir hinstellen so gut wir machen das wir wollen hier einmal ein flint einmal ein buden und einmal ein knochen so das heißt wir werden jetzt erstmal an den schablonen ich sagte euch habe es falsch gebaut ja ich hätte eigentlich den hierhin stellen müssen und den nach der drüben könnte ich jetzt machen will ich aber jetzt gerade nicht so wir wählen einmal den werkzeuggriff wir nehmen den binder wir nehmen das dann werden wir später noch die schaufel brauchen und das wird auch noch später verlangt habe ich mitbekommen so den griff werden wir nein sage ich doch die falsche den griff soll aus nix gemacht werden genau das soll aus flint gemacht werden und der binder soll aus knochen sein und ich habe nämlich glaube ich keine knochen mehr weil ich sie alle zu bohnenmehl verarbeitet habe aber ich glaube das ist nicht das problem ich glaube man kann irgendwie wieder knochen herstellen irgendwas war mal in einem anderen mod paket seht ihr das geht auch daraus wunderbar man braucht also nicht unbedingt die knochen so jetzt gehen wir hierhin stopp wir müssen an die quest netter steinwerkzeug griff netter steinwerkzeug griff oder elektrom ich nehme die schwertklinge wie gesagt hier sind unsere blöcke das werden wir das ist wichtiges material die lege ich dann wichtige sachen legen wir dann erstmal hier rein so genau das legen wir hier rein zwei müssen jetzt eigentlich nicht hier rein das ist eigentlich nur für blöcke gedacht der ganze spaß so den eimer das ist wichtig wir werden uns jetzt gleich wasser holen das ist ganz wichtig wir werden uns jetzt gleich wasser holen und dann können wir nämlich schon da könnten wir eigentlich die wasserstation auch hier einstellen aber ich glaube wir kriegen eigentlich demnächst auch den nächsten cube so wir haben jetzt hier die holzkohle was war denn die nächste quest das haben wir erledigt ja jetzt kommen wir dann nämlich zu dem pass und so weiter und so weiter ja genau ja hier wird er den feuerstein den ton und die kohle die den feuerstein hätte ich natürlich die kohle ab moment hat er die holzkohle mit gezählt das ist nämlich ja geil das wusste ich nicht ob das funktioniert also wenn wir natürlich die holzkohle mit zählt als kohle ist das natürlich ein ganz einfaches spiel ach so aber in dem blöden kub kann immer nur einen baum setzen das ist natürlich blöd da muss ich jetzt ganz viele bäume machen das war jetzt nicht mein plan ok mhm ja ton kies und sand da wollen ja gleich mal ganz viel haben da bin ich jetzt ja gerade dran das ist das das ist das wassereimer der will nicht dann auch dass wie war denn das ich glaube ach so ich muss erst das wasser holen ich kann jetzt erst einmal wo ist es denn hier entschuldigung so ich kann die nämlich jetzt zusammen und kann der einen namen geben und bei mir heißt sie spitze bei mir heißt die spitze so ja jetzt habe ich zwei ich weiß so die truhe ist dann hier zack 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 machen wir das da rein was war denn hier drin ja das war jetzt so eigentlich ja das kann man daraus machen das bohnen wir werden wir brauchen wir werden jetzt hier blöcke rein tun die nehmen mit die werden wir noch brauchen gleich den eimer werden wir brauchen die ersatz na ich weiß es nicht eigentlich werde ich gern die neue level das wäre mir natürlich am liebsten wir werden auch den eimer brauchen redstone war jetzt eher hier dann schon wieder mal gut aber wir sind jetzt hier erst mal fertig wir haben jetzt hier gerade erstmal nichts zu tun wir haben noch ein paar sekündchen zeit wir müssen das mal also wir können jetzt erstmal hinklicken wo wir wollen weil wir kommen ja immer wieder an der selben stelle raus so wir wollen wasser mein problem ist das wasser ist natürlich da unten ich will natürlich auch nicht sterben wenn ich mir das hier anguckt das ding hat sogar mund und augen das ist schon schwierig das teil hier wir kriegen ja glaube ich noch einmal wasser glaube ich raus oder zweimal also das ist und wie gesagt hier ist von das habe ich gesagt das hat es super funktioniert ihr habt gesehen er ist sehr freundlich zu uns deswegen werden wir die laber zu bauern müssen so dass wir uns hier bewegen können der ist ganz schön böse also hier an die wasserquelle zu kommen ist allein schon mal ein ganz schönes problem wir dürfen uns das leider auch nicht zu dunkel machen weil sonst haben wir hier echt ein problem ich will halt an diese wasserquelle dran ich will aber auch nicht hier runterfallen ich habe sie gekriegt gut also das haben wir geschafft das ist gut das ist sehr gut das ist sogar das trifft sich sogar perfekt ich würde gerne noch mal in den baum gehen und hoch an die decke kurz das heißt das ist schon tricky hier seht ihr ja ich habe hier eine doppelte decke einzig glaube ich wohl nicht der cube verschwindet dann ja auch ich werde den cube wenn er leer gemacht ist und wir einen anderen cube haben alles in den cube schaffen dann werde ich einen kleinen cube dann da dran bauen und immer erst in diesen cube gehen und von diesem cube gehe ich dann in den großen cube haben wir wollten jetzt die fackel abbauen und hoch und hoch meine hallo mein gott wollen wir mal die steps setzen mit 60 steps Oh ich hoffe das war jetzt habt ihr jetzt nicht gehört denn ich habe gerade ein windows fehler bekommen aber ich denke dürfte jetzt nicht so das problem sein das denke es könnte aber laut gewesen sein ich hoffe natürlich nicht ach so bevor ich vergesse ich habe da noch was ich benutze momentan also erstmal kein texturenpaket das war politisch aber ich kann nicht sagen ha es kann sein ich denke jetzt wächst der baum nicht nein das habe ich mir gedacht alter weder nein das habe ich mir gedacht das habe ich mir gedacht weil ich natürlich auch schon die dinge gesetzt habe ach komm ich brauche jetzt natürlich hier irgendwo Platz ich muss ja jetzt natürlich irgendwo den baum auch groß machen ach Mist habe ich ja jetzt gar nicht dran gedacht Hunger habe ich auch ich habe aber jetzt nichts mehr zu essen dabei ja 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 ich kann ja erst schlecht die steps dahin machen weil wenn ich die jetzt haben dann wächst ja der baum wieder nicht ich weiß gar nicht wann wir den nächsten cube kriegen weil eigentlich dachte ich schon dass wir den kriegen oder war der eine der letzte eine reward äh belohnung nein äh wobei man stehen geblieben ach so ich hatte drüber nachgedacht auch ähm von irgendeinem der Projekte ähm bei einer der Modpakete die ich mir ausgesucht habe aus Minecraft auch Livestreams zu machen und ähm die dann auch sogar aufzunehmen und die dann als Folgen hochzuladen das kann also sein dass ich einmal pro Woche einen Livestream mache ungefähr von einer gewissen Zeit das dann splitte in 20 Minuten oder halbe Stunde folge und dann täglich davon eins hoch lade dass dieses Projekt dann eigentlich ein tägliches Projekt ist wir werden sehen ich bin noch am überlegen und am testen und machen ähm bin da halt einfach noch nicht ähm hab mich jetzt dazu noch nicht so wirklich beschäftigt ähm ja jetzt möchte ein Water Barrel das werden wir jetzt noch bauen das Water Barrel und danach machen wir ähm auch dann Schluss ein Water Barrel das sind eigentlich Holzstämme der Eimer und eine Platte ich werde diesen Baum nochmal groß machen der ist groß wir werden das ja einpacken ich werde die Fackel schnappen und wir werden zum Cube wandern und ähm bab achso ja und dann werde ich in meinem kleinen Cube wahrscheinlich meine Folge beenden jetzt brauche ich aber was zu essen ja und wir haben nur den Fisch warum bin ich eigentlich Moment, 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 Moment achso wir wollten Holz haben weil wir die Kohle machen wollten stimmt, weil wir eigentlich ja Kohle brennen wollten Moment ich werde jetzt erstmal die Fisch reinlegen und hier die Zäune die brauche ich jetzt gerade nicht so im Moment mal schon Kaffee ich kann auch die Setzlinge verbrennen ich weiß aber uh-huh gut, Abbaulevel ist beides Eisen aber ich muss die halt skillen dafür müssen wir einiges tun aber gut Steinstufen haben wir nicht mehr viele müssen wir wieder Stein sammeln mhm, 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 mhm ähm ja das wird jetzt auch unser einziges Essen deswegen brauchen wir so schnell wie mich den nächsten Cube dass wir eigentlich äh Setzlinge bauen können ähm wenn ich mal schauen wie ich das mache wir haben auch nur zwei grüne Erde ähm ich meine die vermehrt sich das stimmt den Fisch teile ich mir eigentlich jetzt ein weil ähm Sicherheit und so, wisst ihr ja ähm ja Moment wir können auch nach Quest so was wollten wir jetzt wir wollten einen ähm ein 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 Water Barrel bauen dafür brauchen wir den Eimer die Step und noch mal leider sieben so und wir kriegen den Eimer zurück perfekt. Und wir haben ein Full Heart Reward Back. Mist, Mist, Mist. Was ist denn? Ja, das war klar. Ja, ja, das ist deswegen habe ich ja gesagt was kriegen wir hier? Bohnenmehl. Was kriegen wir hier? Auch wieder ein Reward Back. Wir kriegen halt auch kein Cube hier. Das ist mein Problem. Ach doch. Dafür hätte ich die abbauen müssen. Ah, das heißt ich muss alles hier rausbauen und den machen. Warum habe ich da nicht vorher reingeguckt? Das heißt, wir haben uns eigentlich die Arbeit umsonst gemacht. Wir müssen eigentlich alles abbauen hier drin. Wir müssen den einmal abbauen. Einmal annehmen und dann können wir das, könnten wir eigentlich machen. Wollen wir das noch machen? Dann wird die Folge aber diesmal extrem lang. Ähm. Hm, 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 hm. Okay, was kriegen wir denn eigentlich noch? Wir haben da den Reward Back und die Fackeln und mit der Fackeln können wir zum Beispiel dann schon wieder eine andere Quest beenden. Das wäre diese Quest und da kriegen wir auch ein Reward Back. Deswegen nehmen wir hier das. Nehmen wir hier. Wie das wäre nur? Ich dachte, das war ein ganzes Herz. Achso, war es ja auch. War auch ein ganzes Herz. Entschuldigung, ich habe gar nichts gesagt. Ja, gut. Gut. Okay. Also, wir sehen, äh, wir sehen, was wir sehen. Das ist das. Ähm, wir brauchen erstmal eine Kiste. Dann räumen wir die erstmal aus hier. Sammeln das alles ein. Ähm, gut. Wir werden die auch gleich abbauen. Das sind ja auch, wie gesagt, einzeln. Wir haben jetzt einen Fluid Tank. Einen tragbaren Tank. Den werden wir später auch brauchen. Gut, mit dem Herz kann ich gerade nicht so anfangen. Ähm, ähm, das werden wir zuerst abbauen. So, jetzt habe ich noch Platz für zwei Sachen. Was bauen wir ab? Das bauen wir ab. Dann können wir die vielleicht gleich richtig setzen. Mal gucken. So. Okay. Wir werden jetzt... Oh, wir haben ja ein Problem. Hm. Wir haben ein Problem. Scotty, wir haben ein Problem. Wir müssen uns ein bisschen Platz machen, weil wir ja auch noch unsere Fackel einsammeln müssen. Lange wir die komplette Decke nicht drauf haben. So. Okay. Ähm, gut. Ähm, Mopsis sehe ich gerade keine. Nein, nein. Nicht mit dieser Fackel. Ja, das macht mich noch kehre. Das macht mich noch wahnsinnig. So. Gut. Wir werden jetzt erst einmal, äh, schnell, schnell, mal langsam. Mal keine Stress machen hier. Äh, die Cubes und die Tische stelle ich woanders hin. Zack und zack. So. Ähm, wir haben jetzt die Werkzeug. Jetzt fängt das wieder an mit der Werkzeugstation. Welche wird wieder wo zuerst hingebaut? Ähm, Okay. Ähm, war gar nicht schlecht. War verkehrt. Ich hätte jetzt erst die andere gebraucht. Abbauen und eine nach links versetzen. Oder sogar nach da. Dann stört aber die Kiste. Eigentlich kann ich aber auch die Werkbench da hin tun. Und die Schablonen Kiste. So. So, schon, 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 schon. Oh, Mist. War nicht ganz mein Plan. Hat nicht ganz so funktioniert. Aber das ist alles kein Problem. So. Jetzt müllen wir nicht da erstmal rein. Wir müllen erst einmal da rein. Äh, wir müllen, äh, erst einmal alles jetzt da rein. Was wir gerade nicht brauchen. So. Das Wichtigste im Moment haben wir. Hm. Ich würde gerne die Torch gerne hier oben stehen lassen. Aber ich würde sie auch gerne und gerne da unten einfach so. Mein, da drinnen passiert uns nichts. Ich glaube auch, dass dieser Cube, äh, in dem Moment geschützt ist. Auch wenn die Fackel nicht da steht. Aber ich bin mir halt einfach nicht sicher. Und das ist halt mein Problem. Brauchen wir den? Ja, komm, baue ihn ab. Baue ihn ab. Das Holzregal nehmen wir auch mit. Wir haben ihn sehr gebaut. Emergency Rescues. Äh, Resources. Entschuldigung. Ja, Notfall, äh, Notfall. Seht ihr, ich weiß, warum ich die Pedern gebaut habe. Schon für die Schaufel und so weiter. Habe ich alles ja schon gebaut. Das habt ihr ja auch schon gesehen. So, wir werden das erstmal da hochlegen. Bücher. Wir wollen mal gucken, ob wir hier schon das ganze Regal herkriegen. Ähm, wir nehmen die Zäune mit. Äh, wir werden den abbauen. Klar, nehmen wir den mit. Warum sollen wir den auch hier lassen? So, das werden wir, oh, das ist schon, ähm, es gibt doch eine Taste, das ist alles. Einmal sortieren in den Spalten. In zwei Reihen sortieren. Ich glaube, er, oder war das er? Ne, er war, er war zum Sortieren. Das war aber nicht das, was ich jetzt gesucht habe. Ich weiß, es gibt eine Taste, dass man auch irgendwie das leer machen kann. Aber, äh, weiß ich gar nicht mehr. Oh, ich hoffe, das ist jetzt hier nichts spawrend, oder nichts ist in dem Moment, wenn unsere Tortes halt doch sehr weit weg steht. So, die Werkbank, das trifft sich gut. Gut, das war genau das, was ich mir vorgestellt habe. Wir können nicht auf die Kiste zugreifen. Na toll, hätte ich das gleich gewusst, hätte ich das Ding lieber da oben hingehangen. Gut, dass ich sie noch nicht voll gemacht habe. Dann kann er die Schablone da hin. So, zack, 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 zack. Das Bücher, den Kopf kann man auch mal irgendwo hinhängen. Mir egal. Ja, davon werden wahrscheinlich noch mehr dazukommen. Ähm, mhm, 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 mhm. Ja, komm mal her. Werden noch viele Sachen zum Aufhängen kriegen. Also, hab ich auch schon im Letztver gesehen. Also, es gibt ja noch einiges zum Aufhängen. Oh, mhm. Dann stelle ich dich da hin. Dich hänge ich da hin. Das Bücherregal kommt hier hin. Zack. Und dann kommt das Questbuch da unten rein. Dann kommt, was ist das? Das ist Welteroberung mit Open Blocks. Tinker Weapons Material. Und du und aller Anfang ist schwer. Genau. Okay. Dann fangen wir an. Wollen wir jetzt mal müllen. Erstmal in Ruhe hier. Einfach erstmal reinmüllen. Dass wir erstmal Platz kriegen. So. Dann kriegen wir das auch noch leer. Die Folge wird dann diesmal wirklich anderthalb Stunden lang. Aber danach. So. Diese Kiste bauen wir natürlich ab. Ist ja wohl logisch. Die werden wir nicht hier lassen. Auch wenn es eine kleine ist. Und nur ein kleiner Tresor. Aber wir werden sie mitnehmen. Wir werden jetzt rausgehen. Immer mit dem Ding. So. Wir werden das Ding jetzt abbauen. Hoffen, dass wir es auffangen. Ich hoffe, dass er nicht weg ist. Bitte nicht. Doch. Nein. Habt ihr das gesehen? Das Ding muss da sein. Wenn das Ding jetzt weg ist, habe ich ein ganz großes Problem. Weil dann... Dann... Ja... Haben wir einen. Ich sehe ihn da unten irgendwo. Boah, ich sehe ihn da unten rumbacken. Boah, ich habe ihn. Boah, das war jetzt knapp. Also wenn der jetzt weg gewesen wäre, dann hätten wir hier in dem Let's Play jetzt ganz mal ein großes Problem gehabt. Weil ohne das Teil haben wir unsere Quest nämlich dann nicht geschafft. Jetzt nehme ich den Reward weg und habe einen zweiten Cube bekommen. Genau. Wir haben einen zweiten Cube bekommen. Wir haben jetzt einen kompakten. So. Wie machen wir denn das jetzt am geschicktesten weiter? Die brauchen wir. Die müssen wir aufheben. Entschuldigung. Das war jetzt nicht mit Absicht. Jetzt haben wir erst einmal ein Problem. Das Problem nennt sich eigentlich, dass wir jetzt natürlich zwei von diesen Maschinen haben, die wir natürlich jetzt setzen können. Und wie gesagt, ich wollte ja... Also sonst... Waren wir klar. Wir gehen jetzt auch noch die Steine aus. Wir machen das ja zu. Diese Fläche ist ja eigentlich nur für diese Dinger da. Das ist der Kompakte. Das heißt, sprich, das ist der Kleine. Den stellen wir hier hin. Ja. Okay, 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 warum geht das nicht importieren? Er ist da drinne jetzt, ja. Ach so, kann ich mir jetzt aussuchen, in welchen ich gehe? Ne, das ist ja jetzt dann auch blöd. Ich dachte, wäre das eigentlich anders da. Okay, probieren wir was anderes da aus. So, zack, den stelle ich jetzt mal daneben. So, jetzt springen wir in diesen. So. Jetzt sind wir in dem. Okay. Aha. Aha. Na, jetzt kommen wir an einer anderen Stelle raus. Okay, das ist noch nicht richtig. Ich würde sagen, wir importieren die ganzen Dinge einmal, weil wir wissen, ich will wissen, ob das funktioniert. Ja. So, wir probieren Westen aus. Westen. Nein. Mhm. Ist jetzt eine Spielerei. Es wird euch jetzt wahrscheinlich Westen, Norden. Nein. Es wird euch jetzt wahrscheinlich nerven. Aber ich will wissen, warum das nicht funktioniert. Das klappt nicht, ja. Also, irgendwie muss ich mich da nochmal... Da steht aber in Ordnung. Machine New. Upgraded Now. Mhm. Mhm. Also, das heißt, vielleicht muss ich den auch aktivieren. Egal, wir betreten ihn jetzt, was ihr wenigstens noch seht in der Folge. Ba-bam. Der neue Cube. Seht ihr? Geil, oder? Mhm. Äh, der Neu... Äh, nein. Moment, Moment. East. Der steht für mich East. Okay. Alles klar. Wir probieren das mal so aus. Ähm. Äh, blödo ist... Äh. Äh. Okay. Mach's mir mal so. Vielleicht klappt's. Egal. Hier drinne werden wir jetzt unser erstes Feld anbauen. Hier drin können wir Bäume pflanzen. Was wir auch dann tun machen. Wir werden hier drinne zwei Bäume pflanzen. Wir werden hier ein Feld bewirtschaften. Ähm. Und draußen erstmal lagern. Erstmal, solange alles hier drin lagern. So. Interface. Interface. Äh. Äh, wir wollten jetzt gucken, ob das jetzt gab, dass wir in den Kleinen reinkommen. Nein. Okay. Ich muss mich da schlau machen. Ähm. Weil der Kleine bringt mir in dem Sinne dann ja erstmal nichts. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Gut. Wunderbar. Wir werden den Tresor... Ach, keine Ahnung. Mal da jetzt. Ist halt ein kleiner. Egal. Wir machen noch den Reward-Back auf. Äh. Was ist denn das? Also ich würde mir jetzt vorstellen, wie das aussieht. Aber... Das möchte ich im Netzwerk jetzt nicht erwähnen, wie das aussieht. Lassen wir das... Äh, was? Kine-Poor. Was macht man damit? Ich glaube, wenn ihr euch damit auskennt, mit diesem Mod-Paket, schreibt es mir unten in die Kommentare. Erzählt euch... Erzählt mir, wie euch das Projekt gefällt. Ob euch das gefällt. Ob euch das Spaß macht. Ähm. Ähm. Und so weiter. Ähm. Kritik und so weiter. Und Anregungen unten in die Kommentare. Ihr wisst, wo es hingehört. Ähm. Wenn ihr wollt, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Wie ihr möchtet. Könnt mir hier mal was dazu schreiben. Ob ihr, wie gesagt, was ihr davon haltet, dass ich hier zu lange Folgen mache. Und mir vielleicht auch mal ein paar Ideen schreiben, was vielleicht für ein Projekt ich live streamen sollte. Von Minecraft aus Feed the Beast. Natürlich. Ähm. Was heißt natürlich, aber... Sollte ein Feed the Beast... Ja, ein Feed the Beast Mod sein. Am besten eins mit Quests oder so. Wo man dann auch schön, ähm... Mit Quests arbeiten kann. Und so weiter. Und so weiter. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.